Grüezi, ich bin die Marina und ich bin 14 Jahre alt. Und ich bin die Klara, ich bin 12 Jahre alt. Und wir beide sind Geschwister und haben Skoliose und tragen deswegen ein Korsett. Skoliose ist eine Fehlstellung der Wirbelsäule, die durchs Korsett korrigiert wird. Und wir haben Skoliose nicht durch Zufall, sondern für unseren Papa genetisch geerbt. Also nach ein paar Wochen, wo unsere Skoliose eben festgestellt worden ist, haben wir dann zum Poly gefahren. Und mit dem Simbras-Verfahren wurde dann unsere korrigierte Wirbelsäule gescannt. Und das Scan-Modell dient als Basis für das Korsett. Also mit der Zeit habe ich mich jetzt ans Korsett sehr gewöhnt. Und es ist eigentlich schon Normales zu tragen. Und ich weiß ja auch, dass es mir was Positives bringt. Also man wird auch sehr selbstbewusst durchs Korsett, da man dazu steht, dass man eine Fehlstellung hat. Ja, und ich musste zum Beispiel an der Schulzeit tragen. Und am Anfang war es für mich sehr schwierig, mich so zu zorgen eben. Aber jetzt dadurch, dass meine Freunde das eigentlich auch total normal hier nehmen, finde ich das eigentlich viel schön, wie sie mich da so unterstützen.